Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie es dazu kam, dass der Hausgeist von Gryffindor, Sir Nicholas, eigentlich geköpft wurde. Beziehungsweise sollte ich doch besser sagen, fast geköpft, denn tatsächlich ging der Versuch, seinen Kopf vom Körper zu trennen, ein wenig in die Hose. Zur Verurteilung kam es, als Sir Nicholas die schiefen Zähne einer adeligen Dame vom Hof namens Lady Grieve mithilfe von Zauberei richten wollte. Dieser Versuch ging jedoch schief und ihr wuchsen stattdessen große Fangzähne. Noch bevor Nicholas seinen Fehler beheben konnte, wurde er gefangen genommen und zum Tode durch Enthauptung verurteilt. Die Axt, mit der Nicholas hingerichtet werden sollte, war allerdings stumpf, weshalb der Henker geschlagene 45 Axthiebe ausführen musste, um Nicholas ins Jenseits zu befördern. Und selbst nach diesen 45 Hieben war sein Kopf immer noch nicht gänzlich vom Körper getrennt. Kaum vorzustellen, welch ein qualvolles Ende der eigentlich so sympathische Hogwarts-Hausgeist über sich ergehen lassen musste. Aber auch gut zu wissen, denn...